Vorlage Infobox Fußball-Club Wartung Kein Bild der FC Pacos de Ferra ist ein Fußballverein der portugiesischen Stadt Pacos de Ferra im Norden des Landes. Geschichte Der Verein spielte erstmals in der Saison 1991-1992 in der 1. Liga Portugals, stieg aber in der Folge mehrfach ab und wieder auf. Zuletzt war Pacos Ferra in der Saison 2003-04 in der Primera-Liga, der 1. Liga des Landes, stieg als 17. Ab und schaffte als Meister in der Zweitliga-Saison 2004-05 den direkten Wiederaufstieg. Nachdem der Klub sich folglich in der höchsten Spielklasse Portugals etablierte und regelmäßig Mittelfeldplatzierungen erreichte, wurde Ferra in der Saison 2012-13. und erreichte mit der durch diese Platzierung verbundene Qualifikation zur Playoff-Runde für die UEFA Champions League. Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, das ins Spiel in Porto ausgetragen, wurde mit 1 zu 4 gegen Zenit Sankt Petersburg aus Russland verloren. Auch im Rückspiel unterlag man den Russen, diesmal mit 2 zu 4. Der Klub startete daraufhin in der Gruppenphase der UEFA Europa League, wo er mit 3 Punkten ausschied. In der nationalen Liga zollte man den zusätzlichen Spielen Tribut und wurde vorletzter. Aufgrund der geänderten Abstiegsregelung spielte Pacos die Ferra-Relegationsspiele gegen den 4. der 2. Liga und schaffte durch ein 0 zu 0. Auswärts und ein 3 zu 1 zu Hause den Klassenerhalt. Logo Historie. Punkt. Berühmte Spieler. Vitorino Antjunz. Edson. Jamie Pacheco. Sobrinho. Tavares. Bemerkenswertes. Die Mannschaft wird in Portugal als OS Castos bezeichnet. Grund ist, dass der Name im übertragenen Sinne «Holzarbeiter» bedeutet, da Pacos die Ferra als Zentrum der Möbelindustrie Portugals gilt.